Alle neuen Features zu Home Assistant 2023.1 schauen wir uns jetzt an. Hi, mein Name ist Simon von 742 und an dieser Stelle erstmal frohes Neues an euch alle. Und vielen Dank für den ganzen Support, den ich von euch letztes Jahr bekommen habe. Seien es wirklich die inzwischen fast 8000 Abonnenten, einfach nur der Wahnsinn. Ihr seid wirklich die allergeilsten da draußen oder auch die ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt. Und die ganzen Leute, die auf Gefällt mir gedrückt haben, wirklich herzliches. Dankeschön. Der Release im Januar von Home Assistant ist tendenziell eher klein oder wie letztes Jahr fällt auch manchmal komplett aus, da natürlich jetzt auch die Entwickler und die Community von Home Assistant in den wohlverdienten Ferien war. Und von daher gibt es hier ein bisschen weniger, aber ein, zwei Sachen haben wir trotzdem zu besprechen. Starten wir direkt rein, würde ich sagen. Wie man hier oben schon sieht, ist dieses Jahr auf alle Fälle mal das Year of the Voice, da ja dieses Jahr in Home Assistant auch ein eigener Voice Assistant kommen soll. Wie gesagt, der kommt noch, aber die Vorbereitungen dazu sind schon kräftig im Gange. Als erster Hinweis dazu vielleicht mal hier diese Stelle, das kann man ein bisschen lesen, wie gerade so der Start ist und so weiter und wo das alles schon vorgestellt wurde. Hier gibt es ein paar Links zu amerikanischen Newsportalen eben. Und hier gibt es eine Info, die ist ganz interessant. Hier kann man nämlich, wenn man möchte, selber mithelfen, eben den Home Assistant Voice Assistant für die eigene Sprache zu verbessern oder mitzuentwickeln. Denn es wird tatsächlich so sein, dass das Ziel dieses Voice Assistant ist, auch in der eigenen Sprache der Nutzer zu funktionieren. Also für uns dann beispielsweise auch direkt in Deutsch und nicht anfangs nur in Englisch. Finde ich schon mal sehr cool. Auch sehr nah verwandt damit sind eben hier die Entity Aliases for Voice Assistant. Das heißt also, wir gucken uns das Ganze direkt mal an. Du hast nun hier, wenn du beispielsweise in den Einstellungen bist, dann bei Geräten und Diensten Entitäten und dann dir hier eben eine beliebige Entität raussuchst. Wenn du da raufklickst in den Einstellungen, dann die Möglichkeit, bei den erweiterten Einstellungen Aliases zu vergeben, also Aliase. Das heißt also, wenn du das Gerät Brunnen jetzt in meinem Fall zum Beispiel ab und zu auch anders nennst, wie zum Beispiel Springbrunnen oder irgendwie sowas, kannst du das hier einfach hinzufügen mit Aliase hinzufügen. Und natürlich auch beliebig viele weitere. Aktuell wird das nur für Google Home benutzt. Für die Amazon Sprachassistenten glaube ich noch nicht, dass das in Benutzung ist, wird aber wahrscheinlich auch demnächst kommen. Und auf jeden Fall wird es im neuen Home Assistant Voice Assistant benutzt werden, sobald er eben erscheint. Dann gibt es weitere Fortschritte, was Meta angeht. Leider habe ich persönlich immer noch keine Geräte und kann dir deswegen nicht ganz so viel hierzu zeigen. Was inzwischen aber geht, wenn man sich hier unten eben das Video einfach mal anguckt, das ist ein Video von Home Assistant direkt eben zum Commissioning von Meta-Geräten auf Home Assistant, kann man eben sehen, wie das Ganze funktioniert, zumindest mit der Android-App. Denn die Android-App hat eben dann diesen Support jetzt inzwischen bekommen und wurde released. Die iOS-Version wird noch ein bisschen dauern, aller Voraussicht nach. Leider habe ich aber, wie gesagt, keine Geräte, die das unterstützen. Deswegen kann ich das eben aktuell nicht nachmachen. Ich persönlich hoffe ja darauf, dass bald die Updates von EVE kommen. Was den Meta-Support angeht, dann würde ich das wahrscheinlich damit testen. Denn es sollte ja theoretisch auch funktionieren, diese EVE-Geräte dann eben in HomeKit einzurichten, also dann dort eben als Meta-Device hinzuzufügen und dann noch als zweiten Meta-Controller eben Home Assistant mit hinzuzufügen. Ich bin sehr gespannt. Sobald es da was Neues gibt, mache ich da eben schnellstmöglich ein Video für euch. Hier sieht man jetzt auch, wie dann quasi das Gerät verbunden wäre. Genau, so sehe das aus. Dann gibt es Neues beim Kalender-Support. Im Dezember wurde ja hier in Home Assistant eben der lokale Kalender vorgestellt. Hier links eben mit der Kalender-Integration, wo ich mir dann hier eben damals meinen tollen Kalender erstellt habe. Was nun geht, ist, man kann hier tatsächlich, wenn man ein Ereignis hinzufügt, die Wiederholungen der Ereignisse anders schedulen, also anders planen, wenn man so möchte. Zum Beispiel monatlich, da hat man dann einfach andere Einstellmöglichkeiten hier bei den Intervallen. Das ist schon mal sehr cool. Und was auch noch neu ist, man kann nun auch mit dieser Kalender-Integration eben die über die Google-Integrationen zugefügten Kalender bearbeiten. Genauer gesagt eben die Ereignisse dort bearbeiten. Auch eine sehr schöne Funktion. Macht ja gerade Sinn, wenn man zum Beispiel in Home Assistant eben den Google-Kalender eingerichtet hat, wo dann zum Beispiel die Arbeitsereignisse oder so drinstehen. Und man möchte diese eben dann hier bearbeiten. Die Kalender einzurichten macht natürlich überwiegend Sinn, wenn man das für Automation benutzen möchte. Dann gibt es noch eine kleinere Änderung und zwar, dass der Übersetzung-Support für Entities eben erweitert wurde, sodass man nun auch Attribute beispielsweise besser übersetzen kann. In diesem Beispiel hier zum Beispiel dann für die Climate Entity Presets, also für Heizen und so weiter und so fort, oder Boost, was es da eben so alles gibt, dass man die auch übersetzen kann. Oder zum Beispiel eben für die Voreinstellungen von Lüftern. Außerdem können nun Text-Sensore, also wirklich Text-Entitäten, die also Texte bereitstellen, wie man hier auch sieht, eine Auswahlmöglichkeit bereitstellen, was dort also drinstehen kann. Was dann natürlich, wie hier gezeigt, für Automationen sehr viel Sinn macht und das eben deutlich einfacher macht. Dann sind wir auch schon bei den zusätzlichen Änderungen. Da haben wir beispielsweise hier von ep.net wurden viele neue Device-Klassen für Sensoren hinzugefügt. Beispielsweise gibt es nun eben Data Size, Data Rate, Irradiance, Sound Pressure und Atmospheric Pressure. Dann noch eine kleinere Weiterung, die Konfigurationsfehler für die Automationen und Skripte wurden also soweit verbessert, dass dort nun deutlich bessere Hinweise gegeben werden, wenn es darum geht, diese Fehler zu beheben. Des Weiteren wurde eben zu Unified Protect eine Text-Entität hinzugefügt, sodass man nun also die Meldung auf der Türklingel setzen kann. Sehr cool und für Google Translate wurde der Dialekt-Support hinzugefügt. Bei SwitchBot gibt es ebenfalls ein paar kleinere Änderungen. Es gibt nun also Unterstützung für Power Monitor bei den Wallplugs in dem Fall. Dann gibt es hier den Humidifier-Support und dann gibt es auch noch Unterstützung für das SwitchBot-Schloss. Dann bei Ecobee gibt es also nun Support für die Smart Enhanced Thermostats. Und bei KNX gibt es also nun eine Cooldown-Option, um den Bus nicht zu überlasten. Bei den neuen Integrationen, da haben wir folgende Integrationen. Da gibt es einmal Air Visual Pro, Google Assistant SDK, Purple Air und Reolink. Reolink war ja bisher überwiegend über HACS verbreitet oder eben über die OnFive-Integration. Dafür gibt es nun also eine eigene Integration im Home Assistant Core. Und Google Assistant SDK finde ich persönlich auch sehr spannend, wenn wir uns das gerade mal angucken. Dann sieht man hier eben, dass das Google Assistant SDK dafür gedacht ist, wirklich Google Home-Entitäten oder Google Assistant-Entitäten, also Geräte in Google Assistant, da gibt es ja keine Entitäten, aber du weißt schon, was ich meine, eben über Home Assistant zu kontrollieren, anstatt eben wie bisher überwiegend andersrum. Coole Möglichkeit auf jeden Fall. Tja, das war es tatsächlich schon. Mehr gibt es nicht zu wissen. Ich hoffe, wie immer dir hat das Video gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Vor dem Updaten würde ich dir wie immer empfehlen, dass du hier auf der Release-Seite eben auch hier die Breaking Changes noch einmal durchliest, die sind relativ weit unten auf der Seite und eben guckst, ob hier irgendwas mit drin ist, was dich betrifft und wo du eben dann Bauchschmerzen hättest beim Updaten. Für mich war hier nichts dabei. Ich habe auch schon direkt auf die Version geupdatet, wo sie rauskamen. Da hatte ich auch keinerlei Probleme mit. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du einmal auf Gefällt mir drückst und auch meinen Kanal abonnierst, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video zum Thema Home Assistant. Mach's gut. Ciao.